Hallo, herzlich willkommen zu Bruder Travel. Heute bin ich wieder mal in Las Vegas unterwegs und gehe dort Battlefield Vegas anschauen. Das ist ein Skistand und ein Militärmuseum. Viel Spass dabei! Hier kommen wir zum Shop, wo sie die verschiedenen Souvenirs, T-Shirts, alles was um Waffen herum geht. Ihr könnt dort auch Waffen kaufen und natürlich geht es da auch zum Skistand oder zum Indos-Ski-Stand, wo sie elf verschiedene Bahnen haben, wo man dann auch schiessen kann mit den verschiedensten Waffen. Ihr könnt sehen, ihr findet hier wirklich alles was ums, nicht selber und Waffen Sachen geht. Und dann geht es nach draussen und dort geht ihr dann das Gratis-Museum anschauen. Dort findet ihr wirklich alles über Panzer, Hufenschreiber, Waffen, Raketen, wo man anschauen kann. Ihr könnt in einen Helikopter reingehen. Ihr könnt dort sehen, wie sie die ganzen Panzer und so reparieren. Wenn das Tor offen ist, zieht man gut in die Werkstatt und ihr könnt dort auch ein Panzerfahrt buchen, wo ihr dann ein Auto zu Schlott fahren könnt. Coole Sachen! 1 2 1 2 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020